Anstelle der ehemaligen Strandoase in Wenningstedt wird momentan das Folgerestaurant gebaut. Nicht nur der Name Strandhafer ist neu, auch der künftige Gastgeber. Mit Stefan Hümer übernimmt ein erfahrener Gastronom das Geschäft. Bisher war Hümer im Luxus- und Lifestyle-Hotelsegment auf der ganzen Welt unterwegs. Ab Oktober eröffnet unter seiner Leitung das Strandhafer mit einem Bistro, dem Strandkiosk und einem Strandabendrestaurant. Damit wird das Strandhafer mit einem ganztägigen Konzept im gehobenen gastronomischen Bereich an den Start gehen.